Wer legt sich freiwillig mit den Finnen an und folgt, dass die meiste Zeit des Jahres im Dunkeln sitzt und schlechte Laune hat? Übrigens wurde die entscheidende Bürgerpetition zum NATO-Beitritt von jungen finnischen Gamern angeschoben. Wir haben mit Freunden in einem Online-Spielforum beschlossen, dass wir etwas tun sollten, um die finnische NATO-Diskussion endlich in Gang zu bringen. Alexi und Sambo und weitere Freunde aus ihrem Online-Spielforum konnten ihre Petition einreichen. Finnland und die NATO, das Thema war damit auf der Tagesordnung. So Putin, das ist dein Endgegner, Freundchen. Die gefährlichste Spezies der Welt, Computer-Nerds. Viele von denen sprechen nur Klingonisch.